Ahoy Pyros, willkommen zu einem neuen Video. Heute stelle ich euch zwei Feuerwerkstonnen von der Feuerwerksgarage vor. Ein etwas anderes Feuerwerksvideo, aber dennoch toll. Hier seht ihr das erste Exemplar, was rausgekommen ist, die Feuertonne mit Ahoy Pyros, mit meinen Initialien drauf. Die wird es wahrscheinlich nicht zu kaufen geben, nur auf Wunsch, aber dennoch werden die Muster wahrscheinlich noch auf eine andere Feuertonne übernommen, weil die Sektflasche und jetzt dieses Motiv, der Vater mit dem Kind, ein Blick zum Feuerwerk, das ist natürlich nostalgisch wegen pur. Dann haben wir jetzt hier die Profivariante mit der Pyroneo Zündanlage, gut Schuss drauf und diesem schönen Bogen mit Single Shots. Einfach unfassbar schön geworden. Außerdem dieses Motiv natürlich mit der Pyroneo Zündanlage und einem Knallteppich und den China Lampignons oben drüber. Dann natürlich darf auch nicht fehlen ein Vulkanfächer. Hier müsst ihr immer drauf achten, wurde auch die Schweizer Flagge auf dem Vulkan raufgesteppt. Und natürlich, Großfeuerwerksmäßig, Bomben dürfen nicht fehlen und ein Bombenkasten, Feuerwerk sperrt so eine Abbrennblas. Also wunderschöner Feuerkorb und jetzt kommen wir zu den Details. Also ihr seht, meine Hand passt da locker rein und so ein Stück Holz, was typischerweise im Kamin drin ist, passt da auch mal easy rein. Ich sag euch nochmal kurz, wie groß der ganze Feuerkorb überhaupt ist. Der misst in der Breite und Länge 40x40 und in der Tiefe bzw. Höhe 60cm. Das heißt, ihr werdet da auf jeden Fall an Silvester so 5-6 Batterien mit Sicherheit reinbekommen. Das Ganze besteht außerdem aus 2mm dickem Stahlblech. Falls die Leute sich wundern, dieser Korb wird auf jeden Fall rosten, weil es ist quasi nicht verzinkt oder sonstiges. Das ist ganz normal, aber ich finde, das gibt dem ganzen Feuerkorb auch nochmal so einen richtig schönen dreckigen Flair. Und ja, finde ich an sich überhaupt nicht schlimm. Ist auf jeden Fall ein sehr stabiler Korb. Ihr seht, wir zünden den jetzt an, um euch mal zu demonstrieren, wie das dann abends aussieht bzw. nachts. Ist halt mal ein Feuerwerk der anderen Art, quasi auch sonst für Osterfeuer oder sowas geeignet. Und dann würde ich sagen, warten wir jetzt einen kurzen Augenblick. So Freunde, ihr seht schon, der Feuerkorb kommt jetzt so langsam richtig schön in Fahrt und das Motiv erhält sich. Ansonsten möchte ich euch jetzt ganz gerne noch etwas zu den Daten sagen. Und zwar, wie viel wird dieser Feuerkorb kosten, wo kann man ihn erhalten und kann man an dem Motiv individuell noch irgendwas gestalten. Und dann würde ich sagen, let's go. Kommen wir nun zum Preis von der Feuertonne. Dieser wird 220 Euro betragen. Ihr könnt natürlich auch den Feuerkorb individuell ein wenig ändern. Das allerdings mit Aufpreis, weil dort dann auf jeden Fall wieder Kosten entstehen durch die Designerin. Und natürlich, der Laser muss jedes Mal neu eingestellt werden. Ansonsten könnt ihr diesen Artikel abholen in der Industriestraße 2A in Schenefeld bei der Feuerwerksgarage. Natürlich ist ein Versand auch möglich. Dieser kostet allerdings 25 Euro, da der Artikel sehr sperrig ist und auch ein Eigengewicht hat. Und ja, das lässt sich die Post natürlich selber auch gut bezahlen. Von daher lohnt sich das schon eher, wenn man diesen Artikel abholt in Schenefeld. So, falls jetzt der ein oder andere Interesse bekommen hat an diesem schönen Feuerkorb in der Feuerwerksoptik, dann blende ich euch jetzt hier die E-Mail ein, wo ihr euch melden könnt, wenn ihr einen bestellen wollt. Darüber wird dann quasi alles abgewickelt. Dort könnt ihr dann persönlich eure Wünsche noch angeben, wie auch immer. Und genau, ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß mit den weiteren Impressionen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video, wenn es wieder wirklich um Feuerwerk geht. Haut rein, Pyrus! 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 Vielen Dank. Das sah geil aus.